Bevor ich denke, er boostet er ein bisschen nicht. Jetzt müssen wir dann schon mal bald runter. Ja, jetzt fahren wir in die falsche Richtung. Wir fahren jetzt Richtung 270 Grad. Das heißt, wir fahren im Grunde quer zu der alten Richtung. Ne, falsch wird die Null. Ja, ich sehe dich innen quer kommen. Ich glaube nicht. Am besten finde ich ja, die Motor, die heulen ja richtig. Ne. Ja, ich weiß. So muss es sein. Warte mal, wenn es gar nichts tut. Voraus und Entfernung der Mut. Ah, der ist schon verdächtig aus. Zink und Niobium. Was ist denn? Oh, ich glaube, ich muss essen. Mein Chef steht schon so und wippt unauffällig mit dem Fuß. Ich bin da mal kurz weg. Jo. Na ja, auch mal kurz kurz. Ich brauch's ne. Wegen sichern. Das ist ja mächtig. Das ist ja, meine Nachschirm. O gell. Mein soll. Ich habe die Möglichkeit, die Tränschen nicht in die Schrauben nicht in die Schrauben nicht in die Schrauben nicht in die Schrauben. Untertitelung. BR 2018 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 Cargo scoop. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Da haben wir mal den Screenshot von früher reingestellt Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn so der Wave-Screener funktioniert würde, wenn man dort als Anhalter durch die Gegend fliegt, dann wäre es wahrscheinlich sogar eine ganz gute Möglichkeit schnell irgendwo hinzukommen POIs könnte man so ausluchen, wenn es ein POIs ist und dann aber auch mehr auf der Sprenger Das ist meine Milch-Schnitte Ja, ich weiß nicht, wieder mal gar nicht meiner Meinung Das ist meine Milch-Schnitte 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 hat nämlich ein echtes problem diabetes diätfutter und milchschnitte harmonisiert nicht ganz so gut miteinander aber dr oscar weiß es besser so Das wäre total cool, wenn man da hinten zufälligerweise Panik ist. Würde mich zumindest nicht wundern, wenn man da irgendein System in der Nähe hatte, wo man etwas finden würde. Ein Wubfahrbär! Das ist eine Maximale Anzahl, wenn man das wohl nicht mehr annehmen darf. Nicht hinhalten! Auspacken! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020